So, es ist wieder... hell, es regnet immer noch. Nein. Wie viel Glas haben wir? Glas haben wir neun. Okay, schön. So, so. Gut. Scharf. Verdammte Scheiße hier. So. Oh, da war er. Stimmt, ja, da war er. Hm. Soll ja eh ein Panoramafester werden, also von daher... Das kriegst du scharf. So. Glas brauchen wir heute. Glas ist hier. Gut. So. Panoramieren wir einmal das Fenster. Oh, oh, oh. So. Weiter. So und weiter. Und jetzt haben wir ein Panoramafenster auf unseren Garten. Ah, unser Pries ist alle. Äh, unser Stein, Glas, weiß ich nicht. Ganz viele tolle Sachen. Jetzt müssen wir ein bisschen Glas bauen. Und jetzt gehen wir zu, dass hier kein Vieren kommt. Ja, wo ist der Ofen? Da ist der Ofen. So Ofen. Ich möchte eigentlich Glas. Hat er schon fertig. Das ist schön. Danke. So. Okay. Glas. So. Hä? Mein ist noch nicht ganz fertig, aber bisher sieht es doch erstmal schon wie eine kleine Luxus-Überlebenswesendliche Wohnung aus. So. Gut ist das. So. Okay. Okay. Jetzt müssen wir die Außenverkleidung später noch ein bisschen machen. Haben wir noch ein Schwert bei? Nee. Holen wir uns jetzt noch ein Schwert und holen wir uns mal ein wenig Leder, weil ich würde mich gerne weiter ausrüsten. Ich habe jetzt nur eine Lederkacke. Das finde ich. Dann kann ich mal kommen, oder sonst wer. Das war dann ja gleich sterben. Wie in der letzten Nacht. Kühe. Haben wir keinen. Kein Leder gegeben. Hm. Was ist denn hier? Hm. So. Hühner. Warte, Hühn. Warte, Hühn. Ist da oben eine Spille? Nee. So eine Blume. Okay. Schweine. Ich brauche Schweine. Und Kühe. Schafe brauche ich erstmal nicht, weil ich habe das schon im Bett. Nehmen wir trotzdem mit. Hui. Hui. Das ist ja. Oh, hast du. Woher? So. Hm. Oh, die ist wohl. Sind Kühe und Schweine und irgendwelche. Hier haben wir noch nichts zu essen gemacht. Das Ding. Das ist Mist. Ich will essen. Hunger. So. Hm. Nee, hier ist nichts. Was ist das? Dann Hühne. Ja, dann müssen wir wohl im nächsten Let's Play ein wenig Eisen sammeln gehen, denke ich. Dass wir uns Eisenrestrom machen können, ne? Also keine Leder, sondern ist das hier. Das sieht auch süß, oder? Ja, weiß ich nicht. So. Wo ist jetzt unser Zuhause? Da. Da ist unsere Markierung. Sind unsere Bäumchen denn schon erwachsen? Nö. Ihr Schweine hier. Hm. Okay. So, wir wollten in den Pool ein wenig bauen. Aber das machen wir im nächsten Let's Play. Da zeige ich euch, wie man den Pool hier verglast. Und wie man da unten praktisch den Pool mit Fackeln von unten beleuchtet. Leute, bis zum nächsten Let's Play. Ich bin der Game Mogul. Euer Freund und Helfer. Und sie seht nicht was und tolle Sachen. Und auch nicht mich. Und gibt mir da mal um. Und besucht meinen Shop und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Minecraft Let's Play. Ciao, ciao. So, Leute, da sind wir wieder. Das nächste Minecraft Let's Play. Unsere Haut haben wir ein wenig ausgebaut. Aber wir wollten ja unseren Pool ein wenig verglasen. Und mit Fackeln unten beleuchten. Das machen wir jetzt. Packen wir erstmal alles. Wir wollen nicht im Bären wollen hier rein. Glas. Ja, Glas brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Und ja, ihr hört schon, mein Sound habe ich umgestellt. Weil einige doch meinten, dass der Sound ist nicht so toll. Und ein anderer hat mir gesagt, warum heizt ihr nicht mit Kohle? So, du, das mache ich jetzt so. Pass auf. Gucken wir mal, wie viel Kohle praktisch drauf gehen, wenn wir ein Glas favoritieren. Okay, mit Kohle heizen ist wirklich besser. Danke für den Tipp. Ihr könnt mir auch weiterhin Tipps geben, die ich gerne beherzigen werde. So, lasst uns etwas Kies abbauen. Weil wir brauchen ja etwas Glas in unserem Pool praktisch ein wenig zu verglasen. Sind unsere Bäumchen hier schon gewachsen? Ich glaube ja, ein bisschen. Okay. Oh, Kühe, Leute. Das ist Kühe. Vielleicht kriegen wir ein bisschen... Oh, so viel Kühe. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Leder. Oh ja, du Kuh. Gib mir Leder. Ich will dir ein Leder. Ich will dir ein Leder. Da. Können wir uns ein bisschen Rüstung bauen. Und dann ist das schick. Und dann müssen wir später auch noch ein bisschen gucken, ob wir vielleicht irgendwo eine Mine finden, wo wir etwas Eisen abbauen können. Damit wir uns Eisenwerkzeuge bauen können. War das jetzt alles an Kühen? Ja. Gut. Kies. Der war doch hier irgendwo, ne? Irgendwo war doch hier Kies. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Aber irgendwo hatten wir hier mal Kies gefunden. Wo war das? Leute, wo war das? So. Hopps. Hm. Wo ist der Kies? Was ist das hier? Stein. Wo ist hier? Da ist Kies. Leute, die ist. Ganz viel Kies. Das bauen wir jetzt ab. Das brauchen wir. So. Schippe. Und los geht's. Lass uns das Kies abbauen. Aus Kies machen wir dann vieler Glas. Und. Ja. Dann werden wir, wenn wir genug Glas haben, unser Pool verglasen. Der dann von unten beleuchtet wird. Ich hab mir auch schon den Kopf gemacht, wie wir das machen. Was ist das? Das sieht aus wie... Wie ist das nicht? Was ist das? Okay, wir gucken mal. Wir haben jetzt hier Kies. Sand. Und das hier ist... Äh. Was ist das? Keine Ahnung. Egal. So. Ganz viel Kies sammeln. Damit wir alles verglasen können. Hier in der Glas Fenster. Ein Glas Pool. Und. Da brauchen wir ordentlich Kies. Jetzt ist unsere Schippe kaputt. Aber wir haben hier noch eine Schuppe bei. Eine Steilschuppe. So. So. Wieder die schöne Musik. So. Das dürfte dann bald ausreichen an Kies. So. Ja, ich krieg von Kies nie genug. Ich wies nicht. Okay, wir haben jetzt genug Kies. Jetzt gehen wir mal wieder nach Hause. Und bauen unseren Glas Pool. Oh, ne Kuh. Komm her. Leder. Super. Okay. Wo ging es jetzt nach Hause? Oh, leidies. Wo ging es jetzt nach Hause? Hoch. Hoch. Da klingelt mein Handy. Ich bin gleich wieder da. Da sind wir wieder. Und. Irgendwie. Sehen wir, wo unsere Schaufel nicht mehr einer hat? Warum auch immer. Hm. Okay, wo gehst du nach Hause? Es wird dunkel. Wir müssen langsam, ganz dringend nach Hause. Da war Kohle. Egal. Noch mehr Kohle. Äh. Schnee. Äh. Ach Gott, oh Gott. Wo ging es jetzt? Wir haben uns doch irgendwo... Machen wir mal. Hm. Video Settings. Fahr. Wo ist jetzt... Da. Da gehst du nach Hause. Jetzt haben wir den Blick etwas... Und die Einstellung etwas fahr gemacht. Also etwas weiter weggestellt. Dass wir weiter in die Ferne gucken können. Wir müssen jetzt mal nach Hause. Och, Kühe ohne Ende. Hm. Stopp, Kuh. Okay. Du auch, Kuh. Stopp. Stopp. Jetzt sollten wir langsam... Ins Haus. Was ist das? Minecraft hängt. Oh nein. Minecraft hängt. Oh nein. Hm. Tja. Wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder. Es ist wieder dunkel. Wir müssen... Da ist unser Haus. Ein Glück. Schnell weg. Aber die Spinne, die machen wir noch tot. Weil wenn die uns etwas... Ja. Etwas. Schnell weg. So. Jetzt haben wir eine Spinne getötet, Leute. Jetzt können wir uns einen Bogen bauen. So. Bogen. Bogen. Äh. Holzplanken. So. 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 War das so? Wie war die... Wie war der... Das? Äh. Minecraft hängt. Och nee. Da sind wir wieder. Jetzt bauen wir uns einen Bogen. Hm. Nee. Das Inventafel ist... Das ist mir bald zu groß. Wo ist unser... 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 Oh. Der gibt's doch nicht. Wer ruft mich hier denn da und an? So. Hm. Da. Schuhe. Da haben wir Schuhe. So. Ziehen wir uns mal die Schuhe an. So. Jetzt haben wir Schuhe. Okay. Ofen. Ähm. 31 Glas haben wir. Machen wir nochmal Sand rein. So. Leder brauchen wir erstmal nicht mehr. Machen wir hier rein. Dann. Cobblestone. Cobblestone. Dirt. Gravel. Alles Mist eigentlich. Schaufel. Axt. So. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Weil wir ja unseren Pool bauen wollen. So. Schlafen wir mal. Ein bisschen. Etwas. So. Okay. Da sind wir wieder. Und. Unser Ofen hat auch schön Glas produziert. Jetzt haben wir schon 42 Glassteine. Sollte erstmal ausreichen. Ich hoffe, dass es mit dem Pool so klappt, wie ich mir das vorstelle. Gucken wir uns das mal an. Vielleicht noch eine Schaufel bauen, falls uns die Schaufel unterwegs kaputt geht. Oder haben wir noch eine hier drin? Ja. Haben wir noch. Gut. Eine Hacker. Eine Pickaxe. Haben wir. Äh. Nicht mehr. Wootenplanks. Steinschwert. Hm. Leute. Wir brauchen noch eine. Ne. Brauchen wir nicht. Egal. Gehen wir uns unseren Pool an. So. Pool. Du Hund. Verdammter. Äh. Ja. Eine Kuh. Okay. Jetzt machen wir erstmal. Ich hab mir da schon so ein bisschen was vorgestellt. Und dann wird das auch nicht einfach gut dientwickelt. Dann wялttclassiert.